Willkommen zu unserem Online-Training Hygiene und Infektionsschutz für Büromitarbeiter Basislevel. In diesem Online-Seminar erlangen Sie Kenntnisse über betriebliche Hygienemaßnahmen zum Schutz vor Infektionen und Sie erhalten Tipps zur praktischen Umsetzung. Wir besprechen die grundsätzlichen Pflichten von Beschäftigten, die Infektionswege, das Coronavirus und die Verhaltensvorschriften für den Infektionsschutz. Außerdem informieren wir Sie über organisatorische Maßnahmen und Ansprechpartner im Unternehmen. Bei freier Zeiteinteilung bestimmen Sie Ihr Lerntempo und überprüfen mithilfe einer kurzen Wissenskontrolle Ihren Lernerfolg. Dieser wird durch eine Bescheinigung bestätigt.